...die deutsche Mannschaft nach vorne hat. Jetzt hat sie gegen 60 Minuten völlig armlose Schweden drei Tore in einer Zwischenstunde gefangen. Und das passt doch so überhaupt nicht zu dem, was ich vorher hier angeboten habe. Jetzt geht es nur noch darum, diesen Sieg, das Ziel zu retten, der das Glanz von Gloria jetzt wie auch immer zustande kommt, Leute. Jetzt kommt die Kuhschauer hier, damit kann ich nicht überrascht. Aber nach der Fortschlaube jetzt zumindest wieder...